Hey und Willkommen zu einer weiteren Runde Minekraft der Menschen 2 Hallo Spallello! Hallo Menjel! Hallo Q! Hallo Q1 Q2, wie geht's euch? Komm mal hier, Alter, komm mal hier, komm mal hier Lass sie doch mal in Ruhe! Gib mir die Suppe, Alter! Gib mir die Suppe, Alter! Was ist das eigentlich immer? Das ist eine schöne Pilzsuppe Aber ist da auch so ein bisschen Leckerschmecker-Rahmen drin? So ein bisschen weiße Sahne und so? Nee Okay, Menjel, was ist der Plan für die heutige Folge? Ich mach Eisen Oh, du machst Eisen? Und lass alle Kühe frei, ja, ja, komm mal raus, Leute, komm mal raus Nein, die hab ich doch extra eingesperrt Nee, die, vertrau denen doch Okay, ich vertrau denen Okay, komm mit Runa Es wird ein bisschen dunkel, das macht mir ein bisschen Angst Okay, zeig mir mal was Pass mal auf, ja? Ja? Wo bauen wir die, hä, oh Die Basis meinst du? Ja, ja, weil hier ist jetzt alles Ja, wir müssten es eigentlich schon, ja, nach oben, aber dann muss man immer so weit nach unten Weil wir müssen auch mal so ein bisschen erkunden Hast du Holz? Nein Ja, ich hab ne Truhe reingeworfen, das geht Oh Roll Ich hätte auch noch einen Stock und Schüssel Ja Nee, 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 nee Ja Aber so viel Holz haben wir Oh Alter Oh ja Hä? Wir müssten halt mal gucken, oh Da, ja, noch zwei oder drei Erfolge Dann sind wir hier drüben Also ich hör auf jeden Fall schon mal, eh, da unten ein paar Monster Wollen wir mal gucken? Ja, ich weiß nicht, ob ich da so Lust drauf hab Übrigens meine Damen und Herren, wir haben uns dazu entschieden, dass der Attack Speed etc. nicht mit einer Mod oder so verändert wird, sondern dass wir mit diesem Delay spielen, weil so ist die Map eben auch gedacht, mit dem ganzen Manual Ja, find ich nicht schlimm Mach kein Heckmeck, soll ich dir helfen? Alter, Holzschwert Das kann ja nix Ja, du musst halt immer Warte, warte, komm Ach du, ich bin gleich tot Ja, ich kann mich nicht Geh mal, geh mal runter Mach mal weg Das ist ein Creeper Hallo Guten Tag, Mr. Creeper Geht's? Da sind zwei Oh Gott Oh, geht's dir gut? Aua Ja, nee, noch geht's mir gut Ja, ja Palette Was denn? Oh nein Warte, ich helfe dir outra Menor rette dich Menor rette dich Ich hab sie alle exploden lassen Ich aber Hä? Hier ist noch einer Oh! Oh Gott Entschuldi Menor schieß sie doch nicht in die Ah! Eisen Ey nice Ja Ja, hier ist auch Eisen Warte, lenke die ab Leuchte aus Ich hab nichts zum Ausleuchten Ich hab eine Facke Eine einzige Wow Hab ich eine Facke? So Nee Ich hab aber auch noch gar keine Kohle oder so gefunden Also hier ist auch noch ein bisschen... Ja, und Holz, ich... Ach, Mann. Ja, Holz, vielleicht finden wir nochmal... Da kriegen wir das vielleicht von, ähm, den Belohnungen. Den Monumenten, ja. Weil sie haben ja gesagt, dass das System komplett geändert wurde. Also es soll ein komplett neues Spielerlebnis im Gegensatz zu Dimension 1 sein. Das wird klasse. Das wird richtig spitze. Ja, aber wie bekommen wir denn eine... Ach, warte mal, komm mal mit, Junge. Komm mal mit. Okay. Papa, bringt jetzt was. Du hast ja eben gerade noch ein bisschen was genascht, ne? Was gab's? Weshalb haben wir ein bisschen... Weil Mängel ist heute... Zehn Minuten hat er den Aufnahmetermin verschoben, weil er noch was ins Mull schieben musste. Ich hab mir eine Pizza ins Mull geschoben. Echt? Hey, 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 au! Bis bald. Was war das? Mich hat gerade so ein Skeletto angeschossen. Ja, nimm den Knochen mit. Ja, warte. Ich hab mir eine Pizza reingeschoben. Was für eine? Ich werde sterben. Peperoni... Oh, ich hab einen Bogen. Käsepizza. Oh, Peperoni... Oh, ah, stimmt. Deshalb meinest du ja, dass du dir das Mull verbrannt hast. Ja. Ja. Waren die so scharf, die Peperoni? Ja, klar. Ach, nein, das geht ja gar nicht, weil hier Sand ist. Hast du Erde? Ja, du kannst nichts anbauen. Nein, das ist doch gerade das, was ich meine. Das ist ja gerade... Ja, ich wollte gelbe... ... Ich wollte gelbe, ähm, Blumen holen. Ja, scheiße. Ja, das kannst du hier... Wir müssen echt gucken, dass wir... Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen irgendwie Clay und so weiter noch finden. Also die Frage ist, ob wir hier noch weiter runter können. Ja, hier geht's auf jeden Fall noch weiter nach unten. Also vielleicht ist da unten einfach noch ein bisschen... Ja, guck mal. Oh Gott, ich hab was gefunden. Ah, ja, 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 ich seh's. Warte. Guck mal. Vorsichtig. Alter, was... Hä, was ist das denn? Ich muss erstmal noch eine Suppe essen. Ja, ja. Holz! Ui. Oder ist ein Krepperrad nicht schubst. Hast du mich gerade geschubst? Hä? Hey, ich war nicht mal in deiner Nähe. Ich war hier oben. Ich hab mich denn dann gerade getroffen. Ich hab aber definitiv nichts gemacht. Aufpassen. Da sind auch Höhlen-Spinnen. Ja, ja, komm mal hierhin zu mir. Vergiften. Okay, warte. Menjel, macht's. Wollen wir daraus eine Monster-Falle machen? Stimmt. Also wir sollten die auf jeden Fall deaktivieren. Oh, hier ist eine Spin in der Wand. Hoh mal die Facke von oben, bitte. Hoh mal die Facke von oben. Ja, warte. Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, Menjel. Nicht runter. Spinnen. Hey, Vorsicht. Ich muss hier. Oh Gott, mach. Oh nein, schnell. Mach das. Ja, ich kann nicht. Die Spinne. Oh, oh. Warte. Komm, komm hoch, komm hoch. Freedom. Na, ich. Schnell. Lauf, lauf, lauf. Drei Herzen. Okay. Ich kann nicht. Ich kann nicht durch die... Ach, doch. Alter, wie wir uns geblockt haben. Ja, ja, das war ich nicht mehr. So, ja, okay. Hol die Fackel da oben, genau. Alter, wir haben ja gar nichts. Ja, das soll ja auch diesmal wirklich echt schwer sein. Also, auch einfach eine dicke, fette Herausforderung. Wir müssen jetzt hier beide gucken, Menjel. Wir kriegen das aber hin. Ja, ja, klar. So, wo soll ich die Fackel hinsetzen? Ja, sitz mal. Setz einfach mal genau. Ähm, Moment. Hier können wir rein. Alter, die... Die kommen ja... Oh Gott. Äh, die Spinnen sind sehr stark. Ja, ich weiß. Ich ess mal kurz was. Ich werd sterben. Nein. Lauf. Oh Gott. Warte, warte. Ich muss kurz essen, um zu regnen. Ja, ich geb dir die Fackel hier. Ich dropp sie. Ja, ach. Dropp sie in dein Gesicht. Ja, ja, ach. Ja. Warte. Okay. Ich mach. Hey, Leute. Ganz vorsichtig. Na? Gefällt euch das? Hast du sie auf den Spawner gefahren? Ja, ja. Nee, nee, nicht drauf, aber... Vorsichtig. Alter, ich bin vergiftet. Okay, ja, dann bau dich ein. Ich muss weg. Vorsichtig. Ich bin nicht mehr vergiftet. Ist schon weg. Ja, war halt nicht so ein Heavy-Gift. Ja. Okay, warte. Ich geh weiter nach unten. Ich guck mal hier rein. Okay, die hier kann ich, glaube ich... Okay, ich werd gehittet. Ja, du... Ach, du nimmst die... Ist die stärk... Nee, die Achse stärker. Nee, aber ich hab... Ja, ich kann ja nichts gerade. Oh, tot. Ich hab ja nix. So, warte. Wir müssen auf jeden Fall hier gleich das Holz auch noch abbauen. Ja, ja. Von den ganzen Sachen. Einmal abbauen, bitte. Und dann... Da ist ein Crepper. Der... Alter, das war so ekelhaft knapp. Moment. Oh Gott. Der kommt jetzt gleich um die Ecke. Geh mal nach oben ein bisschen. Nee, ich bin nach oben gegangen. Nee, er ist tot. Und mein Schwert auch. Da, da kommt wer. Jo, jo. Hilfe. Oh, du hast die Fackel abgebaut. Nein. Scheiße. Wo ist die Fackel? Hol sie wieder und setz sie drauf. Ich hab sie nicht im Inventar. Du hast sie. Nein, sie liegt doch da... Exakt oben drauf. Ich geh rein. Ja, ja, mach. Klar das. Du hast... Du hast sie. Nee, ich hab sie. Warte. Einfach drauf. Genau. Okay, ist oben drauf. Schön. Okay, nice. Oh, hier ist direkt so ein heftiger Minenschach. Ja. Der fühlt auch noch wesentlich weiter. Aber ich hab keine Waffe mehr, hallo? Ja, ja. Wie übel. Und hier das Holz. Ich hätte... Warte, ich mach einen Stick. Ja, warte. Ich hab einen Stick für dich. Noch ein Holz. Aber kein... Kein Crafting Table machen. Oh, da ist ne Kiste. Wir haben Knappheit. Bitte, bitte, bitte. Ja. Nein, jetzt liegt das Holz da unten. Und die spinnen. Nein, 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 nein. Du müsstest mal kurz reinrennen, wenn du schaffst. Ja, ich hab... Ich werde gleich sterben. Nee, dann geh weg. Dann geh weg. Halbes Herz. Warte. Ich hab aber vier Äppels. Wie kommen wir da jetzt durch? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Warte mal eben. Ist das stressig. Das ist auf jeden Fall ein bisschen knackiger. Ich hab auch notfalls noch Kürbiskuchen. Ja, warte mal. Aber den will ich eher nicht essen. Okay, bis tu mal was. Kann ja nicht mich selbst essen. Ja, eben. Oh, hallo, Freunde. Na, wie geht's denn euch? Oh, oh. Oh, das wird böse. Wir sollten vielleicht jetzt erstmal nochmal zwei dinge Schweder-Craften. Ja, warte, ich will das Holz haben. Hier, direkt hier ist Holz. Moment. Oh nein, ey, das dauert ja ewig. Mit der... Also ich muss wahrscheinlich nach oben. Weil ich hab nix mehr zu essen. Ja, ja. Nimm's doch jetzt, bitte. Ey, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich grab mich jetzt da drunter. Moment. Okay. Ich mach's für dich. Ich mach's auch mal für dich. Ich hab's. Okay, nice. Und mit der Kiste hol ich mir jetzt die andere Kiste. Ja, das geht. Oh. Was? Ein Steinschwert. Mit Gliederfüßer 2 und Haltbarkeit. Das ist auf jeden Fall nice. Aber trotzdem, ich muss jetzt mal kurz hier durch. Ja, warte hier. Geh. Hallo. Geh hoch. Danke. Ich hol. Hä? Happi, Happi. Oh, oh. Äh, ja, nix. Ich hab'n Unfall. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir das Hüllensystem dieses Mal ein wenig besser gliedern. Ja, 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 ja. Bestimmt. Ja, na klar, machen wir. Easy, locker. Das wird kein Problem für diese Menü. Ja, haben wir auch bei dem Anwendigen gekriegt, ne? Ja, 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 klar. Das ist echt alles Oranger-Kram ist. Ja, aber wir haben da unten schon wieder Ton gefunden. Echt? Ja. Hallo. Also, was für eine Farbe? Gar keiner. Ton. Achso, oh. Ich möchte aber was anderes als den ganzen normalen Kram. Ah, warte, kann man das mit Gold einfärben? Nee, oder? Nee. Wolltest du mich gerade schlagen? Nee, nein. Hier, guck. Achso. Da. Da. Zwei Stück für dich. Ha, danke. Ah, kein Problem. Ich brauche nämlich auch eine neue Spitzer. Ja, ich auch gleich. Ich habe nämlich absolut nichts. Aber da bin ich schon mal ganz gut. Hier, zack, kann ich das tauschen. Bogen habe ich auch mit zwei Pfeilen. Alter. Woher hast du den denn? Da habe ich ihm Skelett abgenommen. Ah, ja. Der wollte Hackmack und dann habe ich ihm gegeben. Oh, warte mal. Alter, hier vorne sind noch die. Was denn? Green, Green, Magenta. Ja, grün wären Kacktein. Yellow, Light, Grey. Okay, und das ist noch weiter weg. Ja, aber ich meine hier, wenn man das so weit erweitern würde, hier würde man auf jeden Fall Gelben bekommen. Oder das ist doch der Gelbe hier, ne? Ja. Weil das ist ja auch den, den wir auch noch brauchen hier. Ja, stimmt. Yellow Stained Clay, ja. Da müsste man die Border letztlich noch ein bisschen weiter... Ja, und blau wäre Lapis. Stimmt. Ja klar, das heißt, wir müssen in der Höhle Lapis finden und haben dann das nächste Monument. Okay, meine lieben Männerkrafter. Bewertet den Part und schaut bei Paluten vorbei. Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge wieder. Bis bald. Ja, bei mode. Ja, bei Korea. Yeah.